Rock Antenne, das Album der Woche. Hallo, ich bin Konrad Schwarz, Donnerstagabends hier auf Rock Antenne als Moderator der Sendung Heimatklänge und darf euch diese Woche das Album der Woche vorstellen. Nicht ganz aus der Heimat, aber echt eine unfassbar geile Band. The Temperance Movement. Mit dem Album White Bear oder Weißbier, wie wir sagen. Und es sind vier Briten, unfassbar cooler, rougher, erdiger, geiler Sound. Ich durfte sie selber live sehen und zwar in Düsseldorf im Vorprogramm von den Stones. Und ich muss sagen, Hut ab, das war wirklich sensationell, was die Jungs da rocken. Auf der Scheibe drauf sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn tolle Tracks. Unser Album der Woche hier auf Rock Antenne völlig zu Recht. The Temperance Movement und Weißbier. Prost. Habe ich hier nochmal, warte, ich habe hier nochmal... Moment, und... Rock Antenne. 100% Rock. Nonstop. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnte es sein. Drückt gerne, gefällt mir. Abonniert den Kanal, erzählt es euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Und ansonsten, wenn ihr mehr Album eine Woche sehen wollt, dann könnt ihr hier oben klicken. Beziehungsweise, wenn euch mehr Interviews auch mit coolen Künstlern interessieren und was die so selbst über ihre Musik sagen, dann könnt ihr hier unten drauf klicken. Und dann gibt's das. Viel Spaß. Weißbier. Weißbier. Moment einmal.